Hallo und zurück zu Let's Play Tackled mit mir und Raik und ich habe mir gerade ein super geiles Morag-Schwert gecraftet. Und ein T-Tree-Tab kann man nur mit Holzkohle machen, habe ich ja herausgefunden. Nicht mit normaler Kohle, wenn ich mich angearscht. Ja, sicher. Ich habe es gerade mit normaler Kohle probiert, genauso wie es im Kraft- und Rezept stand. Tree-Tab, das da. Ich habe auch eins gegeben, das habe ich gleich wieder in den Müll geworfen. Nicht, dass du denkst, der falsche Knopf genommen wird. Tree-Trap mit irgendeinem Gast eigentlich zu noch einem Tree-Tab. Das blick ich nicht. Ich glaube, du drückst das Falsches dafür. Ich drück R. Auf was drückst du R? Du brauchst nur Holz dafür. Na, ich bin unten auf dem Falschen gewesen. Ja. Du brauchst nur Holz dafür. Nein, ich brauche Stein und Holzkohle. Bei mir brauchst du bloß Holz für den T-Tab. Das gibt es mehrere. Nee, bei mir gibt es nur eins. Aber ich habe kein Holz. Habe ich noch ein Stick? Ich habe noch ein Stick. Hast du noch ein Stick? Nein. Oder? Was ist denn? Nein, ich habe nur ein Pfeil. Okay, da habe ich noch ein bisschen Kupfer. Ja. Noch ein bisschen. Ich bin nicht erst mal dafür, dass wir irgendwo anders im Haus bauen. Oder warte ich, geh noch mal ein bisschen. Items-Francodes erstmal. Macht mir so ein Tee-Trap ab. Na, du nimmst einfach Holz und legst es in die Form. Ja, nur. Bei mir wird sie die Form nicht angezeigt, weil mir wird sie irgendwas anderes immer angezeigt. Was denn? Wenn du R auf das Tree-Trap machst bei... Ja, mach ich. Dann wird mir angezeigt, dass er mit Tee-Tree-Trap und noch ein... Du musst oben. Oben sind so eine Pfeile, da musst du draufklicken. Dann geht's. Kriegst du das Richtige? Ja, das hatte ich auch. Shape-Ipplus und Sharp-Ips. Auf jeden Fall sehr verwirrendes Teil. Ja, es hat Teckel. Ich hab noch Kohle, ich hab noch ein bisschen Eisen gefunden. Ja, man ist das simpel. Soll ich dir auch noch eins machen? Und was? So ein Tee-Trap. Ja, das wäre ganz nass. Ich hab auch noch eins gemacht. Du kannst dich ja später mit dem Kompressor alleine machen lassen. Da sind wir automatisch. Mh, oder so ein automatisches Teil gibt es da auch noch. Ja. Oh, hast du das wie Kohle? Ein riesiges Kohle-Plötz. Das Klang kommt. Ein riesiges Kohle-Plötz. Warum klein das kommt nicht? Ich hab eine Steinschaufel. Das ist eine Steinschaufel. Vorher habe ich eine Steinschaufel. Vielleicht von meinen toten Eltern. Wahrscheinlich. Ne, ich hab dir keine Steinschaufel gemacht. Ich hab eine Steinschaufel. Aus Versehen vielleicht? Kannst du auch sein, ich hab mir einen Steinschwert zu machen. Nein, ich hab einen Block Eisen verloren. Oh, also. Ich hab noch eine Fackel. Aber genug Cola, aber keine Steaknot. Hab ich einen Stick dabei? Ja. Fuh, da hin. Ich suche uns mal irgendwas zu essen. Ja, das ist, glaub ich, ein ganz guter. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Ich hab noch zwei. Und Hunger. Oder vielleicht fühl ich auch ein Schaf. Wenn ich jetzt irgendein Vieh treffe, dann bin ich vermutlich down. Nein, ich bin down, wenn ich oben runterfalle. Das sowieso. Okay, hier geht's. Nein, hier geht's nicht weiter. Wir könnten einfach mal ganz viel Marmor abbauen und dauernden Marmor ausbauen. Oder Marmorbohnen, Marmorwende, Marmordäck. Marmorsäulen. Marmor-Eingangfalle. Ja, stirbt. Ja. Bisschen, Marmor, auf euch mal ab für quasi für die Eingangshalle. Und meine Kansionens, was ich haben werde, 100 pro. Du musst ein ganz von laden. Ja, ich brauche mal eine Eingangshalle. Kommandant! inzwischen mit der dunklen vor Ort hat man da wir sind so ist eine Höhle ja ich bin gerade nicht durch die Trappe Hühner wo ist ein unser Ding sie also da ist der Höhen Eingang ich glaube ich jetzt auch noch ein Raypoint irgendwo bei der Untergrundbasis das geht ja gar nicht wer ich dann schon findet oh was lexten du jetzt und bitte Graham Einbrüche der höchsten Stufe zu mir der fleißig Eier Kohle Prozent so es lebt hat irgendwie von nicht drüben richtigen Räte bei mir verkraften sind Weltjahr und der Serverdorf der auf dein PC wenn ich mir das ist schon habe ich auch nicht in Frage gestellt ich sollte bloß so wirken das hat eigentlich keine spezifische wirkung haben wir viel eisen haben wir noch mehr eisen ok uranium ich werde mich hier machen genau bis oben gerade nacht ja sowas von kristall ist für dich gemacht und ich habe nur noch zwei hp und er hat unsere bude weg gespielt nein hat er nicht mabel ist und du krieg widerstandsfähig jetzt sieht's fast schön aus ja so essen ja auch das macht jetzt schon mit zu dann spuckt man ein bisschen was aus was ist so brauche ich habe kohle gut bitte trotz rate der kletterer gewinnen alles hier hinzustellen die karte ist ja war das sieht eigentlich ziemlich nice aus so mit den drei millionen so und diesen schwarzen fleck siehst du mein schwarzen fleck dann setze ich mal hier noch ein für untergrund basis habe ein prinzip zu eine schöne idee aber der ist ziemlich groß der was ist die farbe der hoffnung untergrund basis heißt hoffnung und ist ziemlich will ihn jetzt habe ich diesen hässlichen fleck in der unternehmen ist gespielt nicht wir sind ein paar machen im im kopf der wälder wir können untergrund basis die drei ausgenommen durch die bei den das ist die künftung das sind meinten man braucht vier ich hab bei mir reicht haben schon zwei gereicht und geht noch ein halbes 1 habe ich noch und dann kannst du sagen du kannst ja schon heilen ja und ich kann auch schon heilen ein fehlenden dran hast du heute ja ich hab's hier einstig brauche ich das reicht auch ich hab's nicht in der Küste ich hab's noch gerade gegeben ich hab's gut ich hab's nicht dabei schlussendiebenscheinbar was nämlich wenn dann da nur ein eisenraus mussten so geistig abwesend hier gerade 8 dann gehe ich mal Bäume ernten ja ich weiß das ist wirklich recht dunkel hier oben vielleicht hast du schon was äh Brightness vielleicht hast du schon zu wissen Brightness Moody Bright oh das ist ja jetzt das denn für ne Nacht was nehmen wir für uns ist eigentlich egal das ist vollkommen in Ordnung müssen aus Freunden Epple Essen und Lecken P Holz viel viel Holz die Gellung zum Sebum Dramatom ja ich hab da hinten auf dem Minimap sehe ich grad was schönes das ist glaube nur ein Fluss den du siehst ne da ist auch ein kleiner See ok ihn hab ich jetzt für mich beantwortet wo würde ich denn hin hast du das auch gerade gehört was piep 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 die Mikrowelle ne es war leider keine Mikrowelle ach was war das ach ich weiß was das war und wie ist das ne in der Aufnahme ich weiß was das war ich weiß was das war ich hab das jetzt nicht immer boah ist das nervig was war das ach ja ach ja ich weiß wo ich mein Hausbau 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 ich weiß wo ich baue ich weiß wo ich baue oder baue ich hier ne wir sollen uns vielleicht so ein wirklich flaches oh ich weiß wo ich baue ich glaube auch ich weiß wo ich baue aber dann habe ich so voll den Berg auf der Rückseite aber das wäre doch so ich habe ein Licht gesehen dann ist es explodiert baue rund ok ok so da baue ich ach denn sie ist ja gar nicht wahr ich baue nein lass ich nicht lass mal aber relativ in der Nähe bauen ich baue ähm weißt du etwa wo ich bin ich bin beim Fluss ich bin auch beim Fluss nur am Ende ist Fluss es wie weit am Ende in welche Richtung ähm warte Richtung Westen weil ist das ist ganz schön weit weg ich würde gerne dein Haus von meinem aus sehen weißt du aber ich guck musste mal hierher kommen bei mir sieht es besser aus das war was ich hier habe ich habe hier so eine kleine Einkerbung in der Wand und sonst wo die in der Hand die weiß ich sehe dich ja da so so sind da mein Haus ist in etwa hier quasi die gleiche Entfernung die du von mir weg bist bloß noch da die Hälfte kommen keine Dauer auf der Kippen die blöde Mikrowelle das ist nicht gut er auf einmal ist die Mikrowelle was dagegen ich glaube ich brauche direkt am Fluss das Buch und aber dann müsste ich irgendwie hier vor dem Ende der ich weiß nicht auch ich weiß nicht auch scheiße in der Menschheit wird auch gelegt du kriegst jetzt gleich ein Schwarzschwert ins Maul das ist aber auch wenn der bau so weiß ist leider ist jetzt wüste das ist auch irgendwie hässlich aber da ist ein schöner also hier so eine aushöhlung endlich ganz nice vielleicht bei euch direkt im wald aber ich würde schon gerne ein wasser bauen ja was sehr guter ich brauche ich mache einfach hier machen ja da oben wollte ich auch bauen was ich jetzt mal meinen ort ja auch so viel mal wieder drei habe ich hatte ich zeigte erst mal mit dem bauch ja ich habe eins sind sehr praktisch in der höheren anzahl hat gewartet nicht zu mir werfen danke hier hier ist mein ding sie meinen waypoint die komisierte meter anzahl und dann ist hier in der ins wasserrand naja ich heute hier alles holz ab da mache ich würde ich sagen das hintere ende vom haus ist noch ein längeres haus ich hab schon ich hab da schon was im kopf ein bisschen die wand rein und wird schon schön was so lange nehmen wir schon auf nicht dass wir überziehen werden wir haben noch eine Minute also dann die ppp dann so ein Mikrowelle fertig okay ich würde einfach mal sagen wir machen hier einen Cut manche wir machen einen Cut hier mit einer schönen Aussicht auf die Baustelle tschüss tschüss tschüss